Achtsamkeitstipp Nummer 4 Alles ist ein Prozess. Alles ist vergänglich. Und weil alles sich ständig verändert, haben wir über nichts Kontrolle. Alles, was wir versuchen zu kontrollieren, entgleitet uns. Wenn wir versuchen, unseren Atem ständig zu regulieren, werden wir es nicht schaffen. Wenn wir versuchen, unseren Herzschlag zu beeinflussen, geht es vielleicht für eine gewisse Zeit. Aber im Prinzip müssen wir Vertrauen haben, dass sich alles in seiner Form, in seiner Geschwindigkeit entwickelt. Wir müssen offen sein. Vielleicht wie ein Surfer, der sich an den wechselnden Bedingungen anpasst und nicht versucht, alles festzuhalten und zu kontrollieren.